Bevor wir in die Story einsteigen, eine Kurzeinführung. Dragon Ball ist ein Anime, der auf der gleichnamigen Manga-Serie von Akira Toriyama basiert. Es dreht sich um den jungen Son Goku und sein Abenteuer auf der Suche nach den sieben Dragon Balls, die Wünsche erfüllen können. Zusammenfassung der ersten Folge, das Geheimnis der Dragon Balls. In der ersten Folge lernen wir Son Goku kennen, einen Jungen mit übermenschlichen Stärken und einem Affenschwanz. Er lebt alleine im Wald, bis er eines Tages auf Bulma trifft. Bulma ist ein Mädchen, das auf der Suche nach den Dragon Balls ist. Goku besitzt einen der Dragon Balls, ohne zu wissen, was es ist. Bulma überzeugt ihn, sich ihr auf der Suche nach den restlichen sechs anzuschließen. Zusammenfassung der zweiten Folge, der Wunsch der Meeresschildkröte. In der zweiten Folge begegnet Goku und Bulma eine Meeresschildkröte, die sich verlaufen hat. Goku hilft ihm, zurück zum Meer zu gelangen. Zur Belohnung kommt der Herr der Schildkröte, Muiten Roshi und schenkt Goku einen weiteren Dragon Ball. Wir bekommen auch einen ersten Eindruck von Muten Roshis exzentrischer Persönlichkeit. Die ersten beiden Folgen von Dragon Ball führen uns in die Welt und die Charaktere ein. Wir erleben bereits den Humor, die Aktion und die verrückten Abenteuer, die die Serie so besonders machen. Es ist der Anfang einer epischen Reise. Das war's für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Like da und abonniert den Kanal für mehr Anime-Inhalte.